Musik 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 Sennemusik Das ist Musik von und mit Nikolas Sen. Seine Musik, so heisst aber auch seine neuste CD. Die CD ist fertig. Trotzdem seid ihr hier im Appenzellerland am Proben. Was ist los? Wir haben diese Sachen aufgenommen. Jetzt müssen wir sie live spielen können. Wir haben am 16. Januar in der reformierten Kirche ein CD getauft. Jetzt sind wir fleissig am Üben. Die neue CD, was muss ich mir darunter vorstellen? Der Name Sennemusik ist ein Programm. Es hat 15 Titel drauf, die alle von mir sind, für verschiedene Formationen geschrieben. Natürlich immer mit Hackbrett und dann zusammen mit guten Kollegen, mit Handrageln, Giegen, Schwitzrageln, Kontrabass und verschiedene Klänge und eben auch verschiedene Besetzungen, in denen wir diese 15 Titel interpretieren. Aber wenn ich jetzt darauf schaue, auf die Titel, wie die heissen. Hier heisst zum Beispiel einer, die schönen blauen auf der Donau. Also ich gehe nicht davon aus, dass all diese Stückchen hier im Appenzellerland entstanden sind. Der grösste Teil ist schon hier entstanden, aber meistens hat es irgendwo eine Inspiration gegeben. Vielleicht ein Fest, ein Anlass, ein Jubiläum oder die schönen blauen auf der Donau. Das ist anlässlich von einer Flussfahrt entstanden, wo ich mit guten Kollegen, Musikerkollegen von der Kapelle Holdrio oder von den Sängerfreunden aus dem Büheler, auf der Flussfahrt spielen ging. Und dann hatten wir es extrem lustig und gesellig. Und über das habe ich gedacht, da muss ich auch noch ein passendes Stückchen dazu machen. Und jetzt sind ihr eben fleissig am Proben, damit am 16. Januar bei der CDT auf ja auch alles rund läuft. Wie muss ich mir das vorstellen bei euch, so einer Probe? Wie hitzig geht es dazu und her? Ja, manchmal geht es schon hitzig zu und her, weil wir kochen vielfach noch etwas dazu und haben zu essen. Und manchmal ist es noch etwas zu warm oder der Tee überhitzt. Aber ich glaube, musikalisch harmonieren wir ganz gut. Und Nikolas, was ist er da für einen Musikchef, also korrigierter Film, Aya? Nein, er lässt uns sehr viele freie Hände, dann dürfen wir wieder etwas ausprobieren. Und er findet, es ist so oder so. Der Vorteil ist, dass er als Komponist lebendig ist, den kann man ihn auch fragen. Und als Komponist lebendig, das heisst aber auch, wirklich schauen, dass alles passt. So den letzten Schliff geben. Wann muss jetzt einfach noch besser werden bis zur CDT auf? Im Moment müssen wir noch ein wenig ein Putzchen machen, weil an der CDT auf sind alle dabei, die auf der CD auch geholfen haben. Ein wenig mehr als heute Abend, heute sind wir zu dritten. Und ich bin jetzt diese Woche fast jede Abend irgendwo im Proben mit all diesen Leuten. Wir haben dann Ende der Woche die Generalprobe, wo wir es geschafft haben, einen Termin finden, wo alle miteinander umeinander sind. Wo wir dann das Zeug mal zusammen durchspielen können. So, dass sie dann nächste Woche in der Kirche aufheben und die Musik wirklich als Einheit daherkommt. Und trotzdem, ich habe den Eindruck, es klingt jetzt schon sehr gut, wenn ihr zu dritten spielt. Und darum, ich bin dafür, dass ihr nochmal ein Stückchen spielt. Auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Nikolas, was hören wir? Wir machen noch das, was vielleicht kommt, wenn man ganz lang und intensiv geprobt hat. Nämlich WD-Gente. Viel Spass! Musik Musik Musik